Willkommen zum Agenturwettbewerb Game on Masters. Hier geht es darum, erfolgreiche Kundenkampagnen zu entwickeln und monatliche Ziele rund um die Neukundengewinnung zu erreichen. Jede Agentur tritt entsprechend ihrer Größe in vier Runden in einer von drei Kategorien an. Neben tollen Monatspreisen wird am Jahresende in jeder Kategorie eine Siegeagentur gekürt, die nach Mountain View ins Google Headquarter reisen darf. Sie haben außerdem die Chance, sich zusätzlich Fitnessbooster-Punkte zu verdienen um so die Gewinnchancen zu verbessern. Die aktuelle Aufgabe dafür lautet, verdienen Sie sich Fitnessbooster-Punkte mit Gebotsanpassungen für Mobilgeräte. Durch diese Anpassungen werden Ihre Anzeigen bei Suchanfragen auf Mobilgeräten häufiger oder weniger oft geschaltet. Jede Agentur bekommt einen Punkt pro Kundenaccount, in dem die Gebotsanpassung vom Negativen ins Positive gewechselt hat. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Auf geht's und Game on! flaw immer wieder in eine W integrate- und optimistische Anpassung des outcomes! Musik Musik